Herzlich Willkommen zu meinen Soforthilfe Tipps gegen Problemverhalten von Hunden, wie zum Beispiel Aggressionen gegenüber Artgenossen, ständiges Kläffen und Terror an der Leine, wenn sie einem anderen Hund begegnen oder extremes Angstverhalten in unerwarteten Situationen. Du suchst Tipps dafür, damit dein Hund diese Verhaltensweisen aufgibt? Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Lena May und ich bin ausgebildete Kynopädagogin. Ich habe mich besonders auf das Problemverhalten von Hunden spezialisiert. Mein Wissen habe ich nun speziell für dich in einem Gratis E-Book zusammengefasst. Dieses kannst du dir kostenlos auf dieser Seite hier downloaden. Dazu gibst du einfach in dem entsprechenden Formular deinen Vornamen und deine E-Mail-Adresse an und du hältst sofort praktisch umsetzbare Tipps, wie du es schaffst, dass dein Hund in einer kurzen Zeit dieses unerwünschte Verhalten wieder verlernt oder aufgibt. Was ist dafür nötig? Der Schritt 1 ist, dass du verstehst, in welchen Situationen dein Hund besonders aggressiv reagiert und warum er das macht. Der zweite Schritt ist, dass du genau verstehst, wie du handeln musst, wenn dein Hund aggressiv auf andere losströmt, wie du handeln musst, noch bevor er sich da reinsteigert in dieser Situation und wie du es vermeiden kannst, in die typische Kommunikationsfalle zu tappen, in der sehr, sehr viele Hundehalter reintappen. Aber das kannst du vermeiden. Der dritte Schritt ist, wie kannst du deinen Hund gezielt trainieren, damit er Schritt für Schritt und so schnell wie möglich dieses Verhalten wieder verlernt. Nähere Informationen findest du in meinem Gratis E-Book. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Hundeerziehung. Deine Lena May E-Book. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Hundeerziehung. Deine Lena May E-Book. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Hundeerung. Deine Lena May E-Book. Entschle facebook